Die wetterfeste Outdoor-WLAN-Überwachungskamera überzeugt mit Schwenk- und Neige-Funktion und 5-fachem optischen Zoom. Die Geschwindigkeit des Schwenken und Neigens ist dabei einstellbar. Hier sehen wir jetzt einen Blick auf das Bild im Browser. Einfach schwenken per Mausklick und ebenso auch zoomen. Bei Bedarf den Fokus dann noch manuell ändern, um das Bild scharf zu stellen. Untertitelung des ZDF, 2020 Es gibt verschiedene Einstellungen im Menü. Zum Beispiel kann man die Bewegungserkennung aktivieren, den E-Mail-Versand konfigurieren, den FTP-Upload. Wichtig sind natürlich die WLAN-Einstellungen, wenn man die Kamera ohne Kabel nutzen möchte. Genauso der DDNS-Service und die PTZ, also Schwenk-Neige- und Zoom-Einstellungen. Man kann mehrere Kameras hinzufügen, das heißt in einem Browser-Fenster sich dann bis zu 9 Kameras anzeigen lassen. Das Produkt können Sie auf www.alarm.de erwerben.